Der Stapler Bingo Plus N250 Compact PXL von Montini zeichnet sich durch extreme Wendigkeit auch auf kleinsten Räumen aus. Weitere Vorteile sind sehr große Arbeitsautonomie und höchste Tragfähigkeit. Dieses Modell vereint extreme Hubhöhen mit außerordentlicher Tragfähigkeit. 1600 Kilogramm auf 7 Meter Hubhöhe mit Lastschwerpunkt auf 600 Millimeter. Dieser Stapler ist das ideale Gerät für die Obstlagerung in reduzierten 1200 Millimeter schmalen Arbeitsgangbreiten und für arbeitenden Kühlzellen auf kleinstem Raum, da das bereits sehr kompakte Gerät außerdem mit der Montini Superlenkung ausgestattet ist. Das bedeutet, dass die hintere Lenkachse bis 101 Grad eine erhebliche Senkung des Wenderadius im Vergleich zu Staplern mit herkömmlichem Differenzial erlaubt. Die Montini Superlenkung ermöglicht es dem Vierradstapler sich auf gleichem Arbeitsraum wie ein Dreiradstapler zu bewegen. Dank dieser Eigenschaften lässt sich der Bingo Plus N250 Compact PXL aufbauen. Auch im Lagertechnikbereich einsetzen. Der Stapler kann für eine größere Betriebsautonomie mit einer leistungsstarken 80 Volt und 775 Amperestunden Batterie ausgestattet werden. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 mit einer leistungsstarken 80 Volt und 875 Amperestunden Batterie ausgestattet werden. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 mit einer leistungsstarken 80 Volt und 875 Amperestunden Batterie ausgestattet werden. Das neue Modell Bingo Plus Lite 700 von Montini ist ein ausgesprochenes Leichtgewicht mit guter Nenntragfähigkeit. Das minimale Gesamtleergewicht von 2000 Kilogramm ermöglicht zum Beispiel die Arbeit auf Hängeböden. Das eine leistungsstarken nationale Memory versions des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020